Ja, nun herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Jetzt geht's wieder los ab dem Kontrollraum nach draußen. Das ist hier im ersten Level. Wie nennt man das jetzt? Zweiter Kapitel? Ja, zweites Kapitel, ja. Zweites Kapitel im ersten Level. So, ich bin auch mit dem Leben recht voll. Munition brauche ich. Roboter machen wir natürlich nicht hier, ne? Okay. So, dann dürfen wir starten, ne? Also, jetzt die Folge. Bis zum nächsten Kontrollpunkt. Und Jens, Sniper, so ein bisschen erstmal was weg. Ach, da steht ein bisschen viel drin. Ach, warte mal. Ich heim mich erstmal, weil das macht ja keinen Sinn, hier Medipacks liegen zu lassen. Wir kommen ja gar nicht wieder, ne? Stimmt. Nur bei 93. Na ja, aber jetzt bin ich so weit. Sind wir bei 95, also ich nehm's noch nicht. Ne. Okay, dann lass uns weiter. Achso, da unten, ja. U-Bahn-Station, ja. Wir sind bald da, so wie's aussieht. Was ist denn das jetzt hier? Ja, rein da. Guten Abend. Guten Abend, Lars. Guten Abend. Wir spielen gerade Left 4 Dead und nehmen das Ganze mal auf. Left 4 Dead, äh, ja. Kommt die runter? Ja, wie ich folge. Left 4 Dead, zwei, ne? Nein. Komm ich nur fahren. Ja. Ich werde nach. So, dann. Weiter runter, ne? Oh, ich muss nicht mehr. Ich vermisse die ganzen Bomben so'n bisschen. Ah. Ja, die gibt's hier gleich. Oh ja. Sollten gar nicht sind, so ist es aber nicht. Ah, vielleicht wird's auch, ja. Das Schwierigkeit ist grad abhängig wahrscheinlich. Ah, jetzt. So, wir müssen, äh, irgendwo hier, ach so, äh, diese Seite, ne? Wieder hoch, oder wie war das? Äh, ja. Ach ja, 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 ich bin schon hoch hier. Genau, hieß ja so die Bahn. Zerstört hier. Und? Pass auf. Hier ist immer so'n Hunter drin. Ich hab ihn grad gesehen, glaub ich, durch den Wagen durch. Andere Seite ist der. Dann müssen wir da mal rein und dann mal auf den Busch klopfen, ja? Ja, der ist weg. Ich bin schon mal so weit durch. Eigentlich da hinten ist ein... Nein! Oh, ein Tank. Mention vor dem Magen. Das Problem ist, wir müssen auseinanderlaufen. Da rennt ja immer einer hinterher. Da hab ich hier so ne... Blöden Zombie, der mich alle ablenkt. Alter, ach, der Tank. Den haben wir noch mit spielen. Der Tank ist weg. Der Tank ist weg, ja, den hab ich an Brand gesetzt. Munition! Jawoll. Munition! Ah, Hilfe! Ich seh, 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 ich steh grad nach, in dem Moment. Wenn's drauf ankommt, ist man immer am Nachladen, ne? Ist das nicht so? So, wir locken uns schon weiter. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Doch. Der Hand hat's, ne? Oh. Ja, die Treppe hoch, ne? So war das ja auch. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Siehste wohl. Das haben wir wieder gegriffen. Lade nach! Ich nehm die Pillen. Ach, ihr seid da unten? Ach, wo? Ach, du Witsch. Bin hinter dir. Bin irgendwo in der Ecke. Ah, Waffen. Ah, okay. Das ist schwierig. Aha, wo sind jetzt die? Da ist sie. Jawoll. Das tolle Sturmgewehr hab ich jetzt. Ja, hab ich auch. Die... Ah! Hahaha! Ich hab... Toll! Ich stand fast auf, da drauf. Ja, witzig. Wie kommen wir jetzt davon? Kann man sich schleichen, oder was? Ja, schleichen kannst du, dann musst du dich ducken. Wie geht denn ducken? Steuerung. Ich versuch's mal. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Äh... Das scheint nicht zu funktionieren. Toll, ey. Die hat auch eine gute Position gehabt. Hahaha! Stehe da mitten auf der Treppe, bewegt. Nett war das nicht von der. Ne, also ignoriert werden konnte sie schlecht, ne? Ah ja, hier, da ist ja die... Jawoll. Oh, ich beschütze die Jens. Drück mal da ruhig nen Knopf. Hab ich. Jetzt müssen wir so lange durchhalten, bis die... Ja. Bist der Freeman. Hutz, die kommen nicht hinter mir, so. Alle weg. Oha, hinter mir hat mich was. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Braucht ja immer nur so ein bisschen, um... ...bereit zu werden, ne? Aber der kann auch zu heiß werden, oder? Ja. Sauert ein bisschen. Achso, das ist ober, ich hab da richtig geschossen. Alli, können wir schon weiter, die Tür ist ja so weit auf. Ah, hier bei mir die Kids. Ach, die sind alle weg. Aber, ich hab noch... Tabletten! Können wir jetzt nicht... Dann ja, auf jeden Fall weiter, ja. Bin oben. Ah, hier ist die Munition. Munition, schön. Ach, ich bin rein. Und dann hier durch, ne? Genau. Monotov? Ah, ich hab noch einen Monotov. Ich hab gar nichts. Der in einem Raum ist da... Der steht mit auf dem Tisch. Hab ihn. Oh, da hab ich auf mich draufgesprungen. Die Sau. Müssen warten. Ich hab da ein bisschen... Ja, ja. Ein Feuer gemacht. Nimm das Verwandtszeug, Louis. Ach, das ist ein Befehl. Alter, wenn sie das sagen, mach ich das dann. Ne, Louis soll das nehmen. Ich heiße ja gar nicht Louis. Ich bin ja... Er ist aus Francis, ne? Hat er nicht mit Louis? Hat er keinen Verwandtszeug? Ne. Doch, er hat er wohl. Auf den Rücken. Müsste der ja wohl noch. Oh. Hier sind Roboter. Guck ich mal, was Vernünftiges. Machen wir gleich, wenn die Welle kommt. Ja. Boah. Hey, wir gehen einfach weiter. Ich weiß, wir müssen in die Straße hochlaufen. Tieden ab. Alter. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Vorsicht, ich hab Romme fallen lassen. Ah. 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 Alle drin? Ja. Zombie auch noch. Das war's. Wieder geschafft. Das war ja auch ganz locker. Easy. Wichtig ist immer nicht stehen bleiben. Am wichtigsten. Okay. Naja. Das sind wir hingekriegt. Wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen und sagen mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Bye bye.